Moin Moin Leute und zwar, ich sag jetzt nicht ein kurzes Ankündigungsvideo, es ist ja bald Weihnachten, wir haben den 14.12. in 10 Tagen ist Weihnachten und ja, Ecto hat mich herausgefordert, wieder mal wie letztes Jahr, er will ein Let's Race und zwar Let's Race oder Let's Challenge Re... Challenge Revenge will er machen, ja. Ja, letztes Jahr habe ich ja gewonnen, dass Santa Claus in Trouble und ja, dieses Jahr will er eine Revanche und ich habe mir gedacht, komm, die gibst du ihm, ist ja egal. Und zwar, was brauchen wir? Irgendwie sowas wie, wer verliert irgendwie sowas, so eine Demütigung, nicht sowas wie Film dich beim Würmer essen oder Kackensklofilme und dann ist das, nee, nicht sowas, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ja letztens vorgeschlagen, ähm, also letztes Jahr habe ich mir gedacht, komm, Ecto, du hast verkackt, ähm, du singst einfach, wir sind die 6 von der Müllabfuhr. Hat er zwar nicht gemacht, der kleine Kackbohn, aber mich würde mal interessieren, was es, also was der Verlierer machen soll, das wäre schon irgendwie ziemlich interessant, wer da das machen muss. Äh, zu Ectos Kanal werdet ihr, das werde ich rechts unten irgendwie so einblenden bei dem, da werde ich so ein hässliches Pick von dem drauf klatschen und dann, das ist Ecto, äh. Ja, ähm, gut, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, das war es jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wieder am 23. oder 24. hochgeladen, mal gucken, wann wir Zeit haben, das aufzunehmen, eventuell auch schon früher. Und dann muss derjenige halt, der verkackt, eine kleine Demütigung, in Anführungsstriche machen, keine Ahnung, vielleicht was singen oder, oder irgendwas spielen, so, was weiß ich. Ach, keine Ahnung, überlegt euch was Schönes, schreibt es in die Kommentare vielleicht, wenn nix kommt, überlegen, wie uns was Schönes. Ja, das werden wir schon daraus finden, wobei ich mir sowieso dann irgendwie Chili oder so, oder Frosi frag, falls nix kommt. Ja, es ist egal, 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 das war es jetzt wirklich, ist eh schon wieder viel zu lang, ich bin, äh, mehr gibt es nicht zu sagen, also dann, ciao, ciao.